Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Anima Gate of Memories. Ja schon bereit hier stehen, bewegen wir uns jetzt nicht aufs nächste Tour zu. Das ist glaube ich vom Symbol her das durchgestrichene, was das einzige Symbol, was in unserem Mainzimmer noch offen ist. Zur Änderung, ich habe eigentlich nur eine Waffe gekauft im Shop und habe sie ausgerüstet für 60.000. Jetzt schauen wir mal, wie es hier weiter geht. Hier waren wir doch schon mal, das sieht genauso aus wie wo wir schon mal waren. Da geht es weiter, da wahrscheinlich nicht. Ich denke jedenfalls mal, dass es hier nichts Verstecktes gibt. Kann man natürlich nicht so einfach sagen. Wenn er auf diesem Weg irgendwie draufkommt. Ich werde es mal ausprobieren, gleich ob ich von der anderen Seite vielleicht wieder draufkomme. Obwohl ich jetzt fühlte, dass es eher nein oder so. Jetzt nehmen wir mal schon mal den Heides-Effekt und schauen einfach mal wieder draufkommt. Ich glaube aber, das ist nicht wirklich, wirklich, nein. Wir sind jetzt wieder ganz am Anfang, okay. Dann spritten wir mal ein bisschen durch. Gut, das heißt, auf jeden Fall der Weg da oben ist nur einfach eine Ablenkung. Wäre ganz gut, wenn oben uns das Licht geben könnte, so ein irgendwas Bonusmäßiges finden würde. Weitere Musik hier jetzt gerade. Ich glaube, letztes Mal war ja noch irgendwas versteckt. Moment, da geht es weiter. Ähm, ich bin mir noch leicht verwirrt. Gehen wir da an? Da war doch ein anderer Weg. Map haben wir hier nicht, ne, ne. Okay, so ein Objekt, gut, dass ich hier langweilen bin. Ganz bisschen Geld, okay. Wahrscheinlich haben wir uns das letzte Mal sogar hier liegen lassen. Hm. Ich bin gespannt, ob wir uns jetzt gleich schon was stellen müssen, ob jetzt irgendwas kommt. Eigentlich müsste ja erst ein Dungeon kommen, aus meiner Sicht. Das sieht ziemlich final aus. Und darum ist jemand. Wenn wir dich abschießen können, finde ich für dich ja schade. Hm, ich wollte da laufen. Hm, ja. Messenger. Okay, er ist hier. So, ihr zwei seid endlich hier. Ihr habt ihr Zeit genommen. Ja, wir haben auch ein bisschen was bereit. Schade. Aber ich habe keine Antworten für dich mehr. Schade. Du wirst nicht deine falsche Verlust bekommen. Spielzeit ist vorbei. Ich wirst nicht mehr zurückhalten. Warum? Ich habe Ergo-Besieck gehabt. Ohne Ergo. Oh. Oh. Ooh. Ähh. Ähhh, ähhh, äh. Was? Gibt das auch, um ihn zu besiegen? Messenger So Es geht Äh da Nein ich werde nicht grad öffnen Potion Ok Also muss ich mir einfach nur die Wusste man das immer wieder geben Das am Anfang einmal Hmh Mir fällt mir grad nicht so ganz Weil das mich ganz einfach verdrücke Hau einfach mal ein starkes Pauschen rein Lass dich besiegen bitte Ich möchte die ganze Zeit im Nachgang nicht spielen Ob jetzt kommt sowas Verdrückt mich die ganze Zeit Hmh Los mit mir Ok ich hab auch Was Was Es sind gerade am Wir haben gerade 83 Ok Der Kampf ist wirklich intens Ich glaub das einzige was ich dann im Leben werde ist Sie ist einfach Messenger Skip Ok Ok Ich bin tot Ähm Ja Ich hab das Gefühl dass mein Buff nicht so ganz wirkt Ja Gabriel gib mir Leben Ja und jetzt bleibt das Kippi Du kennst los Ja Ja jetzt halt Los jetzt ein Oh oh Ja 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 Okay, kommt das. Eine Sekunde voll, nur einfach nicht mehr easy. Dann klappt es schon. Vielleicht treffe ich ihn. Ja, aber das war ein doof, wie ich sehe. Ich wollte doch gerade noch sagen, reiht nicht mal. Ich kann mich nicht treffen. Warum nicht? Was war das gerade für ein komischer Bug, dass ich mich treffen konnte? War ja ziemlich lustig. Gut, ja, was bei mir zu sehen wäre nicht, ja. Dann machen wir das selber so ein bisschen. Das Abwisieren ist ein bisschen kräftig. Vielleicht kann man einfach mal... Vielleicht sollte man da einfach irgendwie die Tastenbedingung ändern. Dann wäre es vielleicht besser. Oh oh. Ja. Er ist ganz schön blaus, der Typ ist mir gerade auch. Ich muss nur ein kleines Po schon reinwerfen, bitte. Danke. Danke. So was. Ja. Ja. Ich bin ein Artikel, der mir hat nun mal ein Unrushing. Ach, Unrushing. Das ist das wirklich ein Argument gewesen. Ich kann mich heilen, sehr gut. Ja, okay. Dann liegt da, dass es uns gefallen wird. Um. Ja. Kannst du mich treffen? Ich kann wirklich nicht treffen, das Typ. Warum auch immer er mich nicht treffen kann. Okay, jetzt geht das weiter. Okay. Ja. Ja. Einfach was wir hier im Timing haben. Ja. Ich denke. So war. Tutti. Ja. 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 Das Typ macht ganz schön Schaden, das hier. Und ja gut. Deswegen müssen wahrscheinlich auch alle anderen Messen, der schon voll besiegenen, gegen sowas vorbereitet werden. Ah Mist. Ich habe vergessen, dass wir uns hinbeziehen können. Das wird sich immer, wenn ich einen Schuss mache. Ich habe zu den Treffen. Haha. Das ist lustig, dass ich das so machen kann, immer dann. So. Das wird stärker. Und ich kann immer weniger ausweichen von ihm. Und man sagt, oh, damit kann ich mich treffen. Das ist so. Das ist so. Das ist so. Ja, go. Ja, go. Hör auf mit dem Mist. Wir wollen hier nicht sterben gerade. Ich habe noch Potions. Das ist gut. Das ist gut. diesen kampf jedenfalls ein reichwert ist ein bisschen größer was macht Du wirst einfach verrechnen, du Gegner! Ja, er ist geschafft! Das war ein knappes. Herzlichen Glückwunsch! Nicht viele Enten haben mich so weit wie du hast. Das ist der Endmessenger. Whatever you were trying to do, it ends here and now. Just tell me something. What did you want to achieve? Was it the prophecy of Grimoire? Is that why you did all of this? So you really don't know anything. I'm sorry. But I'm afraid that you are mistaken. Your prophecy is a mere legend. And I am not the one who is behind what is happening here. I was just trying to stop it. Then who? Nathaniel, your own order. Honestly, couldn't you have thought of a better lie? Believe what you want, but it's the truth. This whole place, arcane as you call it, is part of an ancient sentient being which was sealed ages ago. Baal. The gate of memories. Baal? Is this okay? The gate of memories is Baal. Seven centuries ago, mankind and those like me who dwell in the darkness fought together against it in a desperate attempt to save us all. Months ago, Romeo Exet rebuilt this place and prepared it to hold a unique ritual. He needed many components to make it possible, but thanks to your order, he obtained them all. How do you know all of this? I, who was among those who fought Baal in the past, was attacked by your order. A part of myself was necessary to undo the seal. Nathaniel failed to destroy me, but during the fight, the one you called Lady was able to escape with some of my blood. They needed alienized too, but since it was impossible for them to obtain it, the order used her sister's blood, which was inside the Byblos. I guessed what could be happening, but I arrived too late to stop the summoning ritual. And like both of you, I ended up trapped inside this labyrinth of memories. But don't be mistaken, I am just an uninvited guest in this story. Everything has been orchestrated just for you too. All this time I was trying to reach the foundation of Arcane to stop Baal before he could awaken. I merely destroyed the other messengers to prevent you from becoming too powerful. At first, I thought that you were cooperating with him all along. But it seems that you and Ergo were just unwitting pawns in his plan. Very important ones, I think. Nonsense! If what you're saying is true, tell me why Lord Romeo Exet, the Supreme Inquisitor, would do such a thing. I am not the one you should ask. So I must believe you are trying to help? Not all who live in the darkness are the monsters you have been told about. Many of us lived among humanity for a long time, hidden among you. However, it doesn't matter if you're human or a creature of darkness. If no one does anything, we are all doomed. You have already said too much creature. You? I saw you die. I am sorry child. Everything is much more complex than you think. Right now, I need to take this. See you around. Has she just taken Ergo with it? Or a new book? Damn! What is going on? We both know that there is only one person who can answer you now. Ehm... Ergo. No, fun. Punkt schafft. Hand of Death. How is he? I am not sure. The damage is critical. But I don't know how to treat him. He is a tough one. We can tell from first-hand experience. If anyone can survive this, it's him. And let me just leave him. Okay. Is there anything else? Oh. Dark Omen. He is still still there. Can I do it again? He is still there. He is still there. So, how strong is this new weapon? Oh. He makes... ...physisch everything up and magisch extrem down. He is perfect for him. Magic is extremely... 60 Magic. Yeah, good. I'm going to fight with him. Yeah, come on. I think that's just 40 down. So, minus 13, minus 20, minus 4. 1,2,5. Ich mach einfach jetzt mal kurz das hier gegen das Neue. Weil ich mit ihm ja hauptsächlich in Nahkampf kämpfe. Und wenn ich jetzt hier... Was hab ich vorher gehabt? The Lawbringer. Lassen wir's mal so. Scheint relativ stark zu sein. Aber nichts für sie, wenn es physisch noch alles hoch macht. Und es geht wahrscheinlich nur zurück, oder? Ich hab keine Karte hier. Und ich glaub auch nicht, dass es da irgendwie weiter geht, oder? Oder geht's da noch hoch? Ist das nur eine einsame Insel? Nö. Scheint das wirklich hier fertig. Anstrengender als erwartet. Vielfach vergleichzeitig eigentlich ganz gut. Also so, dass wir es beim zweiten Versuch geschafft haben. Aber dass er so ein Skill hat, der man auf jeden Fall auf 1 auf 4 runterhaut. Ohne Potions kann man das nicht schaffen. Ähm... Ich überleg grad, woher ich lang muss. Weil ich glaub nicht, dass ich's da hoch schaffe, oder? Doch. Okay. Okay. Gut. Bin ich's gesagt. Okay. Also die einzige Person, die uns irgendwie da auskunftsüber gehen kann, ist wahrscheinlich... ... ähm... ... Romeo? Der einzige Typ, der irgendwie Arno von dem einen hat und uns auch irgendwie dazu... ... pusht, die immer weiterzumachen. Aber, wie gesagt, bin... ... bin... ... Leute immer fast K.O. gehen, Bösewichte und sowas offenbaren. Ähm... Es... Es gibt zwar manches Mal, wo die einen versuchen wollen, ähm... ... zu deceiven. In diesem Fall hab ich aber das Gefühl, dass er die Wahrheit sagt. Das heißt, er wird den ganzen Tag deceift. Hm. Aber... ... bevor ich irgendwas... ... ähm... ... mache jetzt... ... geh ich erst mal einkaufen, weil das hat uns grad ziemlich... ... die ganzen Sachen gekostet. Hauptsächlich hat das ja gekostet... ... die starken Healing Potions. Ich will die nicht mehr hauen. Oh, ich hab acht normale Potions... ... und drei von den starken Verbrauch. Gibt's neue Waffen? Bitte nicht. Bitte sag mir, es ist immer zu zählen wie vorher. Tja. Es gibt auch keinen neuen. Ich hab das 60... ... 60.000... ... 60.000 hier gekauft gehabt, das Info. Was kann man denn eigentlich ein Artefakten kaufen jetzt so? Aber auch irgendwas nice ist bestimmt, oder? Oh, das sind alle. Geht da sogar eigentlich mehr Death... ... und mehr Experience. Also diese Sachen gehen eigentlich sogar, die kann man sich mal leisten. Ja, nächstes Mal, wenn ich mehr 40.000 Geld hab, was vielleicht nicht mehr passiert wird. Kann man das gerne mal machen. Und vielleicht hat ja auch... ...Eleanai... ... Informationen von uns. Vielleicht meinten sie auch gar nicht Romeo. Vielleicht hat sie ihre Meinung dazu. Haben wir den hier nicht besiegt? Ich dachte, dass wir der hier gewählt... Ach nee, das Symbol ist da, wo sie draufsteht, was wir grad drüben waren, ne? Okay. Romeo war behind all of this. If that's true... ...everything makes sense. My blood was one of the things that were used to seal Baal... ...and was necessary to awaken it. That book... ...the Bible... ...it was not important. Only the blood that my sister used to write the prophecy... ...as a proxy of my own. That's why I was summoned here... ...and why I am linked with this place. But... ...why? I know him. I watched him as he grew up. I can't believe it yet. I need to talk with Romeo. I guess both of us need answers. Go to him. That's what we'll do. That's what we'll do. That's what we'll do. That's what we'll do. I hope it'll be liked. Let's play... ...Anima... ...Gate of Memories. If we from Romeo and Romeo... ...we'll beantworten... ...wird immer kritischer grade hier. Bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao. Ciao.